Als Sascha gesagt hat, wir haben ja doch ein paar Anfragen auch, wie das üblich ist im Fußball, dass jemand von den New York Times gefragt hat, ob er was, er würde gerne was machen, war meine spontane Reaktion, das ist ja irgendwie toll. Daran erkenne ich sie ja, dass ich auch eine Verbindung dazu hatte. Eine Freundin von mir hat auch in New York geheiratet. Ich war dort bei einer Hochzeit mal und so weiter. Und ich lese auch das ein oder andere Buch von der Siri Hustwet und von Leuten, die in New York leben oder in Brooklyn leben. Und von dem her habe ich auch ein Gefühl, die Verbindung dazu, zumal extrem viele Deutsche, ehemalige Deutsche natürlich in Amerika leben. Aber so. Das andere, wir hatten ein total tolles Gespräch. Ich habe mir nicht zutraut gehabt, Englisch zu sprechen. Das müssen wir auch mal ganz klar sagen. Oder weil das dann auf so einer Ebene ist, da bin ich nicht gut genug. Dann hatten wir extrem tolle Übersetzer dabei. Da habe ich dann viel verstanden, was er erst dann übertragen hat. Und es war einfach wahnsinnig angenehm. Wir hatten einfach eine Stunde lang ein total schönes Gespräch gehabt, irgendwie. Aber zu Philosoph. Und ich bin kein Philosoph. Philosophen sind Leute wie Heidegger und alle möglichen anderen. Und ein paar große Franzosen. Und ich habe damit, nur ich interessiere mich manchmal dafür, was so Menschen dann sagen, weil es kann einem weiterbringen. Sie haben Frau Heidegger oder die Franzosen erwähnt. Gibt es einen Denker, der auf Sie stärker Eindruck oder Einfluss hatte als andere? Ich könnte Ihnen jetzt ganz viel sagen, wenn wir alle so spontan einfallen. Hanna Arendt. Ich habe zum Beispiel jetzt kennenlernen dürfen vor kurzem den Herr Professor Forst. Philosophie-Professor. Aber wissen Sie, manchmal, du kannst auch rumgehen hier irgendwo oder irgendwo anders und du triffst irgendeine ältere Frau oder ältere Mann. Und du redest mit ihnen und sie sagen dir zwei, drei Sachen. Und du gehst heim und du bist bereichert, weil du was gehört hast, was für immer ist für dich. Und es können völlig banale Sachen sein. Es geht nicht um, ich rede jetzt nicht hier von Intellektualität im puren Sinne. Es geht um, was Menschen sehen und wie Menschen mit Sachen umgehen. Und ich habe wahnsinnig viel von meiner Oma lernen dürfen, die halt dann ohne Mann aufwachsen muss, wie so viele Frauen, nach diesem furchtbaren Krieg. Und ich habe von so vielen Menschen so viel mitgekriegt. Es geht halt darum, ob man innehalten kann bei ihnen oder noch innehaltet und stehen bleibt und zuhört. Dann ist es egal, dann gibt es große Professoren und Philosophen und es gibt große Menschen, die das Feld bearbeiten. Es geht nur darum, ob man verweilt und nicht daran vorbei rennt, weil man es nicht mehr mitkriegt. Und das ist ein Thema unserer Zeit. Und das ist kein Thema. Untertitelung des ZDF, 2020